Und wir sind wieder bei der Musik, ich bleib einfach hier so sitzen, weil meine Knie auch ein bisschen zittern. Face meets Voice, Gesicht trifft auf Stimme. So heißt das Musikprojekt meiner nächsten beiden Gäste. Fab Morvin ist in diesem Fall das Gesicht und John Davis die Stimme und der aktuelle Hit, der heißt Freedom. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020